ja hallo leute und herzlich willkommen zurück zum let's play gary's mod horror maps in der letzten folge haben wir irgendeine andere map bergunde ich habe mir auch gesagt nein also ich habe gesagt wenn ich das nächste mal in den smut mache also normales geld mutter möchte das aber somit warum es wieder abgewechselt haben weil naja es ist einfach nicht so stressig egal wie spiel heute per seite oder parasit diese moment diese mit dem parasiten und der mann schauen eine komme ich bin gespannt ich werde mal meinen puls riffel nehmen klassisch okay ja sie doch auf jeden fall ziemlich dunkel aus hier aber ich denke ihr seht was man muss ja nach video im video hinterher schauen aber alles okay was du so ich war das okay nur gut ich hasse lange gegen habe ich das schon mal gesagt ich hatte zwei lang gehen die tue ist so die etwa zum gitter hier scheint auch gar nichts zu sein ist eine treppe ich glaube ich treffe ja das ist eine treppe und eigentlich will ich den langen korridor lang gehen ich rede auch absichtlich ein bisschen ruhiger ist auch klar schönes holzbrett okay 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 scheiße die tür ist auch so ich habe die box aufgehoben ich hatte die box aufgehoben die tür ist so gut da geht es aber auch schon drunter zu gehen ich gehe erstmal hier lang ich höre hier geräusche okay 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 da wird immer lauter was ist das diesen badezimmer schlägt das leise gefühl ich sollte nicht hier sein mein gott kommt in der stuhl her der lag bestimmt schon da hier was hat deutlich okay die türen sind zum glück zu ich ich hau ab ich gehe runter sehr schön sehr schön okay okay die bretter mögen mich anscheinend nicht das haben wir aber auch schon vor hier geht es runter in den keller oder so kommt man noch mal super okay weiß ich nicht mehr nein ich habe nur klick an zurück so warum sagt mir das der totenkopf okay hier geht es in ein korridor diese blöde press entzieht holte kontext millione haben wir fast hier die ganzen nerven und auch schon wieder so langer weg gott verdammt wenigstens wenn ich jetzt raus hier geht es aber nicht weiter und er ist so okay soll mir ehrlich gesagt auch gerade recht sein ja okay vielleicht geht es hier hin was zum teufel jetzt sind wir anscheinend in einem büro ja in so einer art büro sind wir jetzt wahrscheinlich okay vielleicht ist ja auch ein krankenhaus ich bin mir aber nicht sicher aber für mich die zentrale aussieht und ein büro okay okay ist die krankenhaus gut naja gut ist relativ krankenhaus gut das heißt er wird nur ein miss video jede tür auf die man als erstes im der lande ich meine relativ normal diese stühle hieß noch in der wand alle fahrer und selbst nichts besonderes keine reifen mehr sehr sehr toll wenn ich diese also mit hatten und wirklich gut aus dem auf gewohnt aber muss ja mal so kommen das könnte mir auch nicht jetzt anbieten ja wenn er schon herr bitte ok sehr schön sehr schön sehr schön ob wir auch noch mal wappen einkommen das ist einfach sein dann sag ich ja gar nichts okay lange korridor egal korridor hin oder her hier ist anscheinend nix im keller da bin ich gerade ein bisschen glücklich drüber hier ist auch nichts steht nur ein stuhl patientenzimmer hallo da war ein skelett ey ich habe angst nicht umzudrehen gerade hier ist auch nichts gut hier war was rotes oder braucht mich dieser abschluss erschrocken hier war doch nichts sehr schön ok die tür die ist so und nun wenn ich mich nicht täuschen muss es hier noch hochgehen ach nee die ist verschüttet ok kann man hier durch und dann kann man nicht ok wie komme ich nun in diesen raum rein möchte ich da ja hin vielleicht auf diese tür wo eine weitere tür auf geht mit überwachungskameras die große von jomani ist der bildschirm alles aus ok kurzer katt an dieser stelle das gleich so nach einer etwas längeren unterbrechung geht auch schon weiter bei games mit in der letzten szene bevor ich die kattel habe spaß weiter geht es und ehrlich gesagt ja ich habe verdammt gehen wir wieder raus aus dem krankenhaus ich möchte hier ungern sein und erscheint so als als ging es wäre ja sehr noch alles ein bisschen größer oh ja ein keller und ich bin jetzt in meinem lampe kümmern das dachte ich dass sie mal da hinten ja also ich zeig es mal da hinten ist rotes licht das würde mir das was gutes sagen wenn hier schon rotes licht ist also hier wo und wo nun gut notfalls machen wir mit der schimpuls friffeln kugeltage und dann geht alles kaputt im ich hoffe war das jetzt ein grafik bug oder weil das war mal so moment mal ich lasse mal den kopf dann kann ich ein bisschen was ist das das sieht aus wie so wollen ja aber warum was hat das so bedeuten das schon wieder wie so ein blitz wollen ok gut oder die ist auch schon wieder irgendwo ok das ist nur wind da könnt ihr jetzt die anbieten das macht euch auf den ultimativen jump scare gefasst gut die scheint alles in ordnung zu sein was zum teufel ok ich will ja eigentlich gar nicht alleine hier durchlaufen das schon wieder hallo wollen wenigstens ein bisschen licht ok die tür funktioniert nicht nun gut dann gehen wir mal hier lang ok du kack ständer dingens hör auf mich sonst die sicht zur blende ok so wie es ausschaut warte was zum teufel war das nehmen wir jetzt zurück im krankenhaus ne das sieht nicht so aus ich werde mir nachher mal die aufnahmen anschauen ob da irgendwas war aber ich habe nur ein geräusch gehört und mich ein bisschen totgeschissen haben wir hier nicht schon mal aber habe ich doch gesagt die drunter ne ok gut dann sind wir hier ja schon fertig haben auch im haus klappbeständer so zungekammer hier alle fertig jetzt passiert mir hier schon nichts mehr ich nehme es ein bisschen bis auf die leite leichte schulter kann das sein ok hier ist noch ein haustür geht nicht ok hier sind noch zwei hier ist nichts geht auch nicht alle wege führen ins krankenhaus nicht wahr hier kann man her die ging nicht ok alle wege führen ins krankenhaus genau nun gut man muss ja die map auch irgendwie abschließen können nein du glaubst auch gut wir haben ja gesehen es ging ja eigentlich nur in den keller ne ok ja dann wollen wir auch diesen nachkommen und uns noch mal im keller umsehen die bitte aufhören ihr bescheiden schüler nein geh mal weg da ok sehr schön ähm ja hier gehts lang so ich mache das ein bisschen mit den sounds wahnsinnig wollte ich nur mal so kurz angemerkt haben auch das hier voll auf die tür nicht funktionieren naja und ja ähm fuck ach du scheiße ich bin hm hm ich habe Angst ich muss gerade mal kurzer schauen so weiter geht es mit game mod horror maps in der letzten folge sind wir hier gelandet ich habe total schiss aber wirklich total schiss aber egal wir schaffen das schon irgendwie ich schaffe das auch schon irgendwie nein so ich nehme jetzt erstmal bessere ausrüstung jetzt wird es nicht so schwer hoffentlich ähm 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 hier ist sauber hier ist Blut ne also das ähm ist scheiße würde ich sagen ich bin hinter dem gitter gelandet oh mein gott ok ok gut äh ich meine äh what ok hier ist nichts mhm geht es euch auch so dass es euch gerade gar nicht gefällt da war einer da war so ein skelett oh nein oh nein oh nein oh nein hier ist schon mal nichts ok 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 ich schätze die türen gehen nicht ne äh what wo bin ich denn jetzt hinter einem Zaun hier ist eine offene Tür oh nein liebes holzbrett ganz liebes holzbrett jetzt sind wir wieder außerhalb des krankenhauses hä kurzer lag ok ich verstehe nicht wie es weitergehen soll hm hm ich muss nochmal zurück zum Keller hm hier war ich glaube noch gar nicht drin na geht auch nicht ok gut Leute ich schneid es dann noch nicht in zwei Teile die mit bis dann beendet hoffe euch hat es heute gefallen bis zum nächsten Folge von gestern bis dann Leute macht es gut und ähm tschau tschau tschau